Salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um eine Aktie, die ein Journalist vor ein paar Wochen mal beschrieben hat als die Pestbeule des DAX. Da habe ich auch gelacht, das war schon frech. Es geht um Deutsche Bank. Da passiert ein bisschen was und ich finde das hochinteressant und deswegen will ich kurz den Film hier machen. Also, vor euch seht ihr den Chart seit November 2017. Da waren die 16 und jetzt haben sie sich dann sogar gedrittelt und lagen sogar bei 5,80. Mal so ein paar Außeninformationen. Was ich hochinteressant finde, ist das hier. Das Marshall Ways, das ist ganz frisch, dass Marshall Ways zum Beispiel auch seine Netto-Lehrverkaufsposition reduziert hat. Das sind die drei Bekannten jetzt hier. Marshall Ways ist von, wo steht es? Hier von 0,78 auf 0,66% zurückgegangen. Da haben wir noch AQR und Caxton. Also, die fangen so langsam mal an, ihre Shorts zuzumachen. Das gefällt mir gut. Was mir auch gut gefallen hat bei Deutsche Bank ist, da kam, also am Donnerstag war das, dass der Kongress sich mit der Deutschen Bank beschäftigen will wegen Geldwäsche. Das hat einmal ganz kurz 30 Cent gekostet. Da sind sie runter von 7,15 auf 6,85 und das war's. Und jetzt stehen sie auch schon wieder hier deutlich höher bei 7,34. Dann die Tatsache, dass der Vorstandsvorsitzende, Herr Seewing, da ein, der Presse wird es genannt, Dauerauftrag zum Aktienkauf gemacht hat. Ich meine, in der Höhe von 15% seines Gehaltes. Das finde ich nett. Ja, aber, ja, c'est un geste. Seine Geste. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber ich finde es okay. Sie werden das immer wieder feststellen, aber ich habe es ganz oft gelesen, dass der gesamte Aufsichtsrat einen Teil seiner Vergütung in deutsche Bankaktien investiert. Von daher, das ist nichts Neues. Interessant ist bei der Tatsache, dass er das, ich glaube, bis 2021 macht. Das finde ich nett. Wie auch immer, ich bin mehr ein Techniker und deswegen muss ich mit Ihnen den Chart hier durchgehen. Deswegen, ich habe diesen Downtrend gezogen, weil er eine Berechtigung hat. Er hat zwei, drei, vier Berührungspunkte. Da sind wir durch. Ich mache es jetzt größer, dass Sie es besser sehen. Da sind wir ganz klar durch. Das ist das Erste. Wir überbieten seit langer Zeit mal wieder die 200-Tage-Linie. Die liegt bei 7,21. Auch positiv. Und zwar mit Schlusskurs. Mit einer schönen Bewegung. Man darf das nicht vergessen. Das hier sind 6,25. Das heißt, die sind also über einen Euro gestiegen. Das ist mehr als 10%. Das geht schnell bei diesen kleinen Werten. Ja, E.ON ist genauso was. Oder Lufthansa. Die Bänder gehen auf. Nach oben und unten. Das ist grundsätzlich, wenn die Bewegung dann nach oben stattgefunden hat, weiter positiv. Da gibt es also keinen Grund, irgendwie hier reinzufixen, short zu gehen. Das gibt es erst dann wieder, wenn das der Bewegung, in diesem Fall aufwärts, entgegengesetzte Bank, die Richtung ändert. So wie es hier zum Beispiel der Fall war. Der Wert geht runter, das Band dreht und an dem Tag hier können Sie die erwischen. Diese Regel vom Band ist, also die ich mal aufgestellt habe, die ist nicht dafür da, dass Sie die Tiefskurse erwischen. In diesem Fall gab es allerdings einen Doppelboden. Einmal, zweimal. Das zeige ich Ihnen mal aus der Ferne. Dann sieht der schöner aus. Hier war es ein Hammer. Der gilt sogar immer noch. Und vor dem Hintergrund ist, also das Band ist positiv, über der 200-Tage-Linie ist positiv, die gleitenden Durchschnitte sind positiv. Wir haben einen Doppelboden, das gefällt mir. Die Technik hat auch komplett gedreht im MACD und auch über die Stochastik. Jetzt gilt der Oszillator kurzfristig als überkauft. Ja, 98, das ist sehr hoch. Aber ich warne immer davor zu sagen, der ist so hoch, wir müssen den jetzt geben. Den werden wir short gehen. Bitte immer erst warten, bevor es unter die 80 geht. Vor uns haben wir, jetzt hole ich das Fadenkreuz rein, diese Zone hier, einmal, zweimal, da sind wir bei 7,50. Die erachte ich allerdings als nicht so gravierend. Ja, das sind zwei kleine kurze Bewegungen gewesen. Dieser Bereich hier, viel häufiger, mit wesentlich mehr Volumen gehandelt. Und da sind wir erst bei 8,30. Also von daher hat der Wert kurzfristig weiter Platz, durchaus noch diesen 1 Euro. Es hat mir, wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, dass diese, sagen wir mal, schlechte Nachricht, dass der Kongress da jetzt wieder rumschnüffeln will, dass das nur eine ganz kurze Auswirkung hatte und in Verbindung mit dem Eindecken der Shorts der Hedgefonds, das gefällt mir, da baut es bei mir Vertrauen auf. Ich möchte die Deutsche Bank nicht mehr short gehen. In meinem Film nenne ich meistens ein Call, ein Put, ein Call, damit habe ich überhaupt kein Problem. Mit dem Put, also da muss ich, da tue ich mich echt schwer, überhaupt sowas zu nennen hier. Ich sehe das Risiko in Deutsche Bank für gering an, dass die also noch deutlich weiter gehen. Meine Meinung, ganz klar, muss ich ändern, wenn wir diesen Doppelboden hier bei 5,78 rausnehmen. Aber so ist es noch nicht. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, sie ginge nochmal auf Richtung 20-Tage-Linie. Damit muss man immer mal rechnen. Es kann auch sein, dass die erst hier hoch geht und dann während die 20-Tage-Linie steigt. Aber die 20-Tage-Linie ist für mich dann definitiv eine Unterstützung, unter der ich dann meine K.O.-Option im Sinne eines Calls suchen werde. Jetzt habe ich Ihnen hier was mitgebracht. Zum einen, jetzt muss ich gerade mal schauen, ja dieser hier, 5,51. Das ist eine Option, die liegt hier noch drunter. Da, wo jetzt das Fadenkreuz liegt. Das ist eine Option, die ist für mich uninteressant. Das ist ein Viererhebel. Aber ich werde immer mal gebeten, auch mal defensivere Strukturen zu nennen. Und das ist ein Viererhebel. Das ist die Basis 5,51. Das ist ein Open-End-Schein von Unicredit mit der Kennnummer HX6JME. Mir wäre das zu langweilig. Für diejenigen, die der Meinung sind, wir gehen jetzt hier hoch, würde ich aber dennoch einen kleinen Sicherheitsabstand nehmen unter der 20-Tage-Linie. Und da kommen Optionen mit einem Hebel von 9 in Frage. So was hier zum Beispiel. 6,5er Basis, ja, also die 20-Tage-Linie ist jetzt gerade eben bei 6,5081. Können Sie hier am Rand sehen. Das hier wäre etwas. Auch ein Open-End-Schein, ebenfalls für die Unicredit. Und der hat einen Hebel von 8,82. Das wäre die Kennnummer HZ2JMS. Das sind die, die sich momentan anbieten. Und ich werde mich, heute hier und jetzt, werde ich sie nicht kaufen. Die haben das zwar gemacht. Wahrscheinlich haben sie sogar Platz. Aber das ist für mich ein bisschen spät. Hätte ich so früher mitteilen sollen. Aber letztendlich, sie sieht gut aus. Ich habe ein erhebliches Vertrauen. Wenn ich jetzt Investment mache, ist es wahrscheinlich dieser Schein hier, den ich eben genannt habe. Dieser 6,50er. Und ich hoffe allerdings eher, oder würde mir, die Börse ist kein Wunschkonzert, wünschen, dass sie nochmal ein bisschen runterkommt. Weil der Gesamtmarkt war heute also auch eher ein bisschen langweilig. Und da fällt halt dann sowas wie Deutsche Bank auf, wenn die sich deutlicher davon abheben. Also es hat mir gut gefallen. Jetzt zu dem Put. Ich habe gesagt 8,30. Also da gehe ich hier auf Short. Suche mir ein Put. Und das wäre dann im Moment so etwas hier. 8,37. Ebenfalls ein Open-End-Schein. Mit der Kennnummer HZ1DXZ. Also den packe ich mir jetzt noch nicht mal auf die Watchlist. Weil da möchte ich gerne erst sehen, dass der Wert die 8 anvisiert. Dann schaue ich da mal drauf und der liegt also relativ knapp hier hinter. Ich denke, Fazit, die Deutsche Bank hat ihren Boden gesehen für die nächsten paar Monate. Es ist mir völlig egal von dem Hintergrund, ob die FED was macht, was sie macht, wie auch immer. Ich glaube, die Deutsche Bank ist hier am Boden und sollte eher steigen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.